Was ist das? Mars ist ein bisschen speziell auf ihre Art. Also ist es besser, wenn ich rede. Und was noch wichtiger ist, start sie nicht an. Wieso sollten wir? Lasst es einfach. Han Solo! Oh Mann. Was? Ich vermute, du brauchst irgendwas. Würdest du diesen Druiden für mich zu Leia bringen? Hm, nein. Du bist vor diesem Kampf schon viel zu lange weggelaufen. Bitte, wir brauchen ihre Hilfe. Komm schon, BB-8. Ray, war das in Ordnung? Es ist nichts, ich. Will mich nur mal umsehen. Ich bin ein Jedi. Ich bin ein Jedi. Ich bin ein Jedi. Ich bin ein Jedi. Er hat er seitdem. Er hat ihn mir означ. Hör auf. Ich bin ein Jedi. Hör auf. Was ist das? Ja, ich bin ein Jedi. Was ist das? Wohin! Richtig! Echo! 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 Oh Dieses Lichtschwert gehörte einst Luke und davor seinem Vater und jetzt hat es nach dir gerufen Ich will mit dem nichts zu tun haben Das war die Republik, die erste Ordnung war es Wo hast du es hier? Mimis, finde deine Freundin Diese Bestien, sie sind hier Rei, Rei! Wo ist sie? Los, weiter Wo ist sie? 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 Ja Eraser! Eraser! Untertitelung des ZDF, 2020 Das Mädchen, von dem ich so viel gehört habe. Die Karte. Du hast sie gesehen. Rückzug. Vergesst den Ruiden. Wir haben, was wir wollten. Er hat sie. Habt ihr das gesehen? Er hat sie mitgenommen. Sie ist weg. Ja, ja, ich weiß. Du hast eine andere Frisur. Dieselbe Jacke. Nein, die ist neu. Ich hab ihn gesehen, Lea. Ich hab unseren Sohn gesehen. Er war hier. Wir fliegen zurück zur Basis auf der K. Dort können wir weiterreden. Und dann, Lea. Und dann, Lea. Oh ja. 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 Ich bin leer. Ja. Ich habe neue Tipps erhalten. Na toll. Noch mehr unfreiwillige Hilfe für Leute wie euch. Noch mehr unfreiwillige Hilfe für Leute. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe ein neues Abdecken gehalten. Mein Leben hat wohl wieder einen Sinn. Ho? Ho Dameron, du lebst noch? Kumpel! Was ist mit dir passiert? Ich bin aufgewacht und du warst weg. Das Schiff, alles. BB-8 sagt, du hast ihn gerettet? Wir sollten mit General Organa reden. Sie wird hören wollen, was du zu sagen hast. Komm, BB-8. Han Solo. Ich bin es, C-3PO. Vermutlich erkennt ihr mich nicht aufgrund eines schicken roten Armes. Wie ich zu ihm gekommen bin, ist eine interessante Geschichte. Wen nennst du hier einen alten Langweiler? General, ich bedauere Ihnen, das sagen zu müssen. Aber die Karte von BB-8 ist unvollständig. Wie kam ich nur auf den törichten Gedanken, ich würde Luke finden und ihn nach Hause bringen? Die Auswertungen der Daten von Snaps Aufklärungsflug bestätigen Finsbericht. Das war der Todesstern. Und das ist die Starkiller-Basis. Die Waffe, die das Hosnien-System zerstört hat. Oh, Moment. Falsche Auflösung. Die erste Ordnung. Sie laden erneut die Waffe auf. Unser System ist ihr nächstes Ziel. Alles klar. Wie jagen wir das Ding in die Luft? Irgendwo in dieser Basis muss ein Thermalgenerator sein. Wir besitzen Schutzschilde, die unsere Waffen nicht durchdringen können. Ich kann ihre Schilde abschalten. Aber dafür muss ich dort sein, auf dem Planeten. Wir fliegen dich hin. Wir fliegen dich hin. Wir fliegen dich hin. Der Abwassertunnel liegt hinter dieser Anhöhe. Durch den kommen wir rein. Suchen wir Ray. Wo bin ich? Du bist mein Gast. Ich weiß, du hast die Karte gesehen. Und jetzt gibst du sie mir. Aus mir wirst du gar nichts rauskriegen. Gib mir die Karte! Niemals! Warte hier! Diese Schrottsammlerin hat dir widerstanden? Die Macht ist stark bei ihr! Dann müssen wir den Widerstand vernichten, bevor sie zu Skywalker gelang. Waffe bereit machen. Oberster Anführer, ich bekomme die Karte von ihr. Bring sie zu mir. Du wirst jetzt diese Fesseln lösen und aus dieser Zelle gehen und die Tür offen lassen. Ich werde jetzt diese Fesseln lösen und aus dieser Zelle gehen und die Tür offen lassen. Je länger wir hier sind, desto schwieriger wird es für uns. Was? Die Schilde? Ja, darüber habe ich schon nachgedacht. Eingringlinge! 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 Eingringlinge!